Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch meine kleine, aber feine Sammlung von Dark in Love Kleidungsstücken. Und ich fange an mit den Armstulden. In dem Fall sind es nämlich zwei Paare. Einmal dieses aus kompletter Spitze. Mit diesen Schnürungen. Und diesen wunderschönen kreuzförmigen Applikationen hier. Mit Fingerschlaufen. Das wäre mein erstes Paar. Mein zweites Paar ist komplett aus Samt. Hat ebenfalls diese Fingerschlaufen und Schnürungen. Hier oben eine wunderschöne Spitzenbordüre. Und auch bei diesem Paar ist hier diese wunderschöne Applikation. Das wäre mein zweites Paar. Jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Bolero, den ich von dieser Marke habe. Und zwar diesen hier vorne zu verschließen mit dieser wunderschönen Schnalle. Komplett aus Spitze und mit diesen wundervollen, auslagenden Ärmeln. Ein wunderschöner Bolero. Lässt sich mit vielem gut kombinieren. Mein letztes Dark-in-Lauf-Stück ist ein wunderschönes schwarz-rotes Lolita-Kleid. Er hat an den Ärmeln diese schönen Schleifen. Recht weite Ärmel. Also oben am Arm eng und nach unten sehr weit ausfallend. Und hier vorne diese schöne Spitzenfront mit dem roten Kreuz. Das Kleid ist aus Sand und wunderbar zu tragen. Sehr angenehm. Hat am Saum noch einen Spitzenabschluss. Und ist hinten mit einem Reißverschluss zu verschließen. Und das ist auch hinten ganz schlicht rot. Ein wunderhübsches Kleid. Als ich es sah, musste ich es sofort kaufen. So, wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ja, das waren meine Dark-in-Lauf-Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.